Muss ich einen Antrag auf die Regelaltersrente stellen, wenn meine Erwerbsminderungsrente ausläuft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24.de und zwar geht es um folgendes. Sehr geehrte Damen und Herren, ich beziehe eine Erwerbsminderungsrente und zwar seit dem 1. Januar 2016. Der Anspruch besteht bis zum 31.07.2021. Das ist der Monat, in dem meine Regelaltersgrenze erreicht wird. Meine Frage, muss ich einen Antrag stellen für die Regelaltersrente oder beginnt die Regelaltersrente automatisch nach der Erwerbsminderungsrente? Nein, Sie müssen selbstverständlich keinen ausdrücklichen neuen Rentenantrag stellen für die Regelaltersrente. Das sagt uns der Paragraf 115 Absatz 3 Sozialgesetzbuch Nummer 6. Das ist das Gesetzbuch für die gesetzliche Rente. Und ich lese da mal ganz kurz vor, was da drin steht. Haben Versicherte bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente bezogen, ist anschließend eine Regelaltersrente zu leisten, wenn sie nichts anderes bestimmen. Nach dieser Vorschrift muss die Rentenversicherung die Regelaltersrente leisten, wenn sie nichts anderes sagen. Wenn sie also nicht sagen, ich möchte die Regelaltersrente nicht haben. Deshalb werden sie ja im Regelfall drei bis vier Monate vor Auslaufen der Erwerbsminderungsrente in solchen Fällen angeschrieben und werden gefragt, möchten sie ihre Regelaltersrente haben. Und das läuft dann im Normalfall so ab, dass sie sagen, ich möchte meine Regelaltersrente haben und dann kriegen sie die weitergezahlt. Wenn sie sich gar nicht dazu äußern, wird die Rente weitergeleistet und zwar als Regelaltersrente. So sagt es § 115 Absatz 3, würden sie was anderes bestimmen, würde die deutsche Rentenversicherung abwarten, was sie als Rentenleistung dann nach der Erwerbsminderungsrente haben wollen. Wenn sie sich da mal für einen späteren Rentenbeginn oder sowas entscheiden wollen, dann nutzen sie bitte den verkürzten Antrag auf die Versichertenrente. Das ist der sogenannte R0110, das heißt also der Umstieg aus der Erwerbsminderungsrente zum Beispiel in eine vorgezogene Artesrente oder auch in die Regelartesrente. Da nutzen wir solche entsprechenden Rentenantragsformulare. Aber zwingend ist das nicht. Nochmal, sie müssen keinen ausdrücklichen neuen Antrag für die Regelartesrente stellen, wenn sie diese Rente nahtlos nach der Erwerbsminderungsrente beziehen. Näheres zum Thema Erwerbsminderungsrente, Regelartesrente, vorgezogene Artesrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.